ja herzlich willkommen zurück zu city skylines hier in unserer stadt san maria leute ich habe die lösung unserer probleme gefunden in der letzten folge war ich kurz davor zu sagen egal mach was anderes stream irgendwie was weiß ich jetzt moment sky oder need for speed heat oder sonst was aber nach einigen recherchen ist mir aufgefallen beziehungsweise recherchen ist gut mir selbst ist irgendwie so ein bisschen aufgefallen dass diese ganzen zeichen hier wahrscheinlich probleme sind was mit unserer industrie zu tun hat und zwar haben wir nur die forstwirtschaftsindustrie das heißt wir produzieren ja gar keine waren außer papier das doof deswegen während hier noch mal alles munter weiter niederbrennt habe ich mir nämlich überlegt und vorbereitet ich präsentiere unsere industrieinsel die autobahn einmal ausgebaut das improvisatorisch erstmal um zu gucken ob es überhaupt funktioniert so gelassen führt hier weiter hier herum hier wird dann wahrscheinlich auch noch mal eine autobahn abfahrt kommen habe alles mit einem kai versehen und führt dann hier einmal eine abfahrt hin einmal hier eine abfahrt hin und einmal zum hafen der hafen ist nämlich komplett überlastet wie man sieht dadurch kommt auch weniger ware zu unseren leuten hier zu den geschäften und dann gehen sie pleite und dann war es das mit denen wie man hier auch schon wieder sieht deswegen hören wir auf mit dem import sondern produzieren vor ort dass die waren schneller beim mann sind habe hier auch schon mal alles ein bisschen versehen mit zum ersten mal straßenbahn habe hier ein bahnhof eingebaut einmal die eine fährenstation fährensteg und wir haben unser boots museum hier gepackt und hier wird dann so gesehen einmal das wohngebiet beziehungsweise ein bisschen gewerbegebiet den leuchtturm habe ich noch da gelassen hat ein bisschen dekoriert dass man da vielleicht mal ein bisschen hin gehen kann und habe dann halt die industrie plätze hier mit den straßenbahnen verbunden dass die leute von da die da wohnen direkt zur arbeit fahren können einmal hier einmal hier ich habe ich doch verbunden oder glaube ich wo sie da ist ja dann einmal hier rum und einmal hier rum ich hoffe das klappt die nachfrage an industrie ist nämlich auch da habe ein bisschen mit den nach wie heißt es hier richtlinien richtlinien gespielt das heißt die industrie produziert erstens weniger dreck das heißt auch weniger bodenverschmutzung was ganz gut ist hier wegen dem wasser und unserem unserer pumpstation und dass die produktion wesentlich besser läuft und angekurbelt wird demnach produzieren wir halt auch mehr ich glaube 50 prozent mehr verdoppelt 100 prozent oder verdoppelt die industrie produzierte waren kostet zwar ordentlich was aber ist uns jetzt erstmal egal wir möchten erst mal dass das problem dort hinten nicht mehr weiter existiert demnach werden wir hier einmal anfangen die industrie wachsen zu lassen ich würde ungern direkt an dieser straße bauen weil ich habe jetzt einmal hier zwei einbahnstraßen rein und hier zwei einbahnstraßen raus gemacht mal schauen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle auf jeden fall wenn wir die hier erstmal so markieren lassen ein bisschen schneller laufen die nachfrage an wohngebieten ist auch da habe jetzt hier dieses diesen bereich einmal überlegt als wohngebiet zu machen also auf jeden fall diesen teil und meinetwegen dieses kleine teil hier als gewerbe das hat nicht so viel gewerbe da ist und hier wieder ein totaler verkehrsstau wegen den industriegebieten oder den gewerbegebieten existiert alles schön versehen mit parks und gehwegen damit die hier auch versorgt sind polizei und feuerwehr haben wir dort da schauen wir noch mal nach ob die abdeckung reicht ich glaube nämlich nicht ja tut sie nämlich nicht okay ähm demnach würde ich sogar behaupten polizei hier hin Feuerwehr hier schaut ja so eigentlich schon mal ganz gut aus damit der weg halt auch wesentlich kürzer ist hier einfach über die brücke fertig da sind die ganzen geschäfte und die ganzen gebäude die halt versorgt werden müssen und hier werden wir jetzt weitermachen mit der der bahnhof ist noch nicht verbunden übrigens den habe ich jetzt erstmal so gelassen äh sollte nämlich hier einmal mit einem der bahnhöfe in der europäischen altstadt dann halt verbunden werden ähm den bereich hier habe ich übrigens auch europäisch gemacht ähm und würde das glaube ich auch mit dicht besiedelten versuchen wenn ich merke das wird nichts dann äh können wir das immer noch ändern den bereich hier in der mitte einmal leer gelassen für die ähm gesundheit beziehungsweise ähm ja moin launenburger alles gut bei dir hier in dem bereich in der mitte habe ich aber freigelassen für halt äh öffentliche einrichtungen notdienstschulen äh gesundheitswesen vielleicht auch im park ähm die nachfrage an gewerbe steigt jetzt das heißt ähm ich würde tatsächlich einmal hier anfangen mit ein wenig gewerbe damit die äh damit der strom überhaupt da ist und kann mich dann halt hier um die wohngebiete kümmern bei uns ist auch alles gut soweit ähm geht bergauf vielen dank der nachfrage jetzt habe ich doch hier europäisch gemacht oder ich persönlich finde das sind echt wunderschöne gebäude dieser europäische Stil ähm weil die halt auch so aneinandergereiht total geil aussehen so da geht's los das heißt hier werde ich einmal anfangen mit Wohngebieten den können wir langsam aktivieren habe ich jetzt ausgemacht nicht dass der hier losfährt und von da hinten irgendwelche Toten abholt und hier deponiert dieser geht schon los so was wir hier allerdings aber auch noch machen könnten wären ein paar Bürogebäude also auch machen wir so so oder hier ist da Die sind ja eigentlich ganz gut drauf hier. Warum? Wundert mich gerade. Weil hier ist kein Park und gar nichts. Na gut. Wenn sie meinen. Was wir hier noch nicht besitzen ist ja die ärztliche Versorgung beziehungsweise Schulen. Ich würde sogar behaupten wir machen hier erstmal sowas hin. Und packen dann hier gegenüber einen kleinen Spielplatz und dann die Grundschule. Zack. Ich möchte die nicht so hoch bilden da es dann natürlich nachher heißt dass zu viele oder zu wenig Mitarbeiter da sind die so hoch gebildet sind. Ja so eine kleine Altsche. Also das soll hier eigentlich eher so eine Hafenstadt werden die dann halt für die Industrie zuständig ist. weil in der letzten Folge habe ich gemerkt dass ich zu viele Import habe. Das heißt ich habe hier ein totales Verkehrschaos da die Ware die ich hier vor Ort produziere eigentlich nur Holz ist. Und genauso wie hier bringen sie halt beziehungsweise holen sie ab vom Zug und das kommt zu langsam in die Geschäfte das ganze das ganze Zeug deswegen wollen wir jetzt hier lieber vor Ort produzieren und wir haben zu wenig Personal da. Ja dann machen wir das hier komm was soll's Studienjahrbericht schön 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 so und hier auch nochmal und ich hatte hier überlegt das habe ich komplett freigelassen ob ich da einen Park draus mache oder ob ich hier vielleicht so eine so eine ganze ja so eine ganze Abteilung fürs Gesundheitswesen mache weil wir haben ja hier auch noch einmal ein Krankenhaus wir haben eine Sauna wir haben hier einmal Rettungshubschrauberdepot das haben wir alles noch gar nicht und das medizinische und das medizinische Labor Turn- und Fitnesshalle oh die können wir vielleicht hier zur Schule packen das wär's ja das wär's das würde mir gefallen glaube ich die packen wir mal da hin was haben wir noch den Yoga-Garten die Sauna ist glaube ich nicht so groß ja ich glaube das werde ich auch noch machen ich glaube ich werde hier nochmal die Straße weiterführen links und rechts dann halt nochmal ein bisschen für die Gesundheit hier sorgen das mache ich nochmal fix so den Strom holen wir uns dann gleich von da hinten erstmal gucken ob das hier alles passt wie ich mir das hier vorstelle allerdings würde ich sogar sagen dass ich das hier ran mache weil wir hier glaube ich irgendwo eine Haltestelle haben ja hier dass die Leute dann relativ schnell hier ins Krankenhaus gehen können machen wir mal hier hin das Hospital dann haben wir einmal einen ähm haben wir hier irgendwo Platz der Toten habe ich den Krankenhausvorplatz schon? nein okay ne Shoppingstatue würde ich da nicht hinpacken ne Shoppingstatue würde ich da nicht hinpacken freundlicher Stadtpark wie groß ist der denn? passt dann aber auch das war gut so zurück zur Medizin einmal das äh Labor dann lassen wir auch nochmal einen Platz frei so und und noch was wollen wir die Sauna drinnen packen komm wir packen die Sauna da auch noch hin ist jetzt sogar verbunden damit sehr schön ähm ähm komisch gerade ging's da machen wir halt alles aus übrigens kleiner Tipp wenn ihr wenn ihr auf der Playstation spielt oder auf der Konsole ähm ich hab mit dem linken äh ne mit dem ja doch mit dem trigger äh habe ich immer echt Probleme wenn ich hier irgendwie präzise was steuern soll mit dem rechten Trigger dann geht das wesentlich einfacher finde ich jetzt persönlich das heißt wenn ihr wenn ihr äh äh versucht hier so einen kleinen Weg zu machen könnt ihr relativ einfach und präzise mit dem linken Trigger äh rechten Trigger Entschuldigung arbeiten der ist halt wesentlich äh äh sensibler so dann machen wir mal ein bisschen länger ja 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 ich weiß ich hab kein Strom kriegt ihr jetzt wir füllen hier und hier das heißt ich habe ein bisschen das ist ich habe hier erinnert ich habe hier und dann ich habe hier die die So, was wir jetzt hier natürlich noch nicht haben, ist einmal Polizei, dass sie sich deswegen noch nicht beschwert haben, das wundert mich so ein bisschen, aber auch ganz wichtig, Feuerwehr. So, die werden jetzt erstmal alle aufwerten hier, hier entlang hatte ich eigentlich auch überlegt, ein bisschen, ah, 65.000, himmlische Stadt, ich habe es euch gesagt, ist das erste Zimmer, dass mir, dass ich so eine Stadt gebaut habe, wir haben jetzt auch die Monumente freigeschaltet, wir haben die nächsten, das nächste Gebiet freigeschaltet und den internationalen Flughafen. Gibt es, glaube ich, auch irgendwie noch ein Gebäude, was man denn dafür, wenn man das baut, ähm, bekommt. Nee, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich hätte es eigentlich doch schon eher dann auf der Seite. So, fahren eigentlich Leute mit der Straßenbahn? So, schaut mal, die Symbole sind weg. Wir produzieren jetzt lokal und haben damit das Problem gelöst. Oh, freut mich das. Da fällt mir ein riesen Stern vom Herz. Richtig gut. Da hinten brennt es schon wieder, aber das ist mir jetzt egal. Ja, wie gesagt, ähm, wir haben einen neuen Bereich freigeschaltet und der hier wird es sein. Und hier wird dann die europäische Insch dazu gesehen. Ja, also, wir werden uns erstmal hier drum kümmern, dass hier alles läuft und, äh, gerade läuft und, ähm, das nächste Mal auf jeden Fall auch noch den, ähm, die, die Häfen umbauen, weil, ich weiß nicht warum, aber die benutzen nur den Frachthafen. Warum sie den anderen nicht benutzen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Merkwürdig. Egal, soll uns jetzt erstmal nicht beschäftigen. Hier läuft es. Ich will mal schauen, ob hier wirklich Leute aussteigen, die dann halt mit der Bahn fahren, die dort arbeiten. Momentan nicht. Gut, ist ja auch noch nicht so viel. Wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen dekorieren. Und uns, äh, darum kümmern, dass es hier alles läuft, ähm. Das hätte ich noch gerne, ja. Ich möchte hier eigentlich nochmal gerne... Ähm, diese Rettungshubschrauber... ...haben. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Oder wird er hier auch hinpassen, wenn ich die Straße hier wegnehme? Gerade so. Machen wir hier hin. Und daraus wird ein Park. So machen wir es. So wird ein Schuh draus. Dann kommt hier nämlich ein Eingang hin, da ein Eingang und dann kann man zu Fuß auch darüber gehen. Meinetwegen. Auch wenn hier nichts ist. Aber hier kann ja... Ist dann ja auch noch Platz. Und unsere faule Polizei... ...hat keinen Bock da hinzufahren. Das ist so einer. Fährt dran vorbei. Ist egal. Ah, weg ist es. So. Ähm. Der braucht auf jeden Fall noch Strom. Schauen wir mal, bis wohin man das hier machen könnte. Ähm. Irgendwann, früher oder später, wird es eh so sein, dass wir hier ein Krematorium hinbauen müssen. Und da ist die Stromverbindung. Perfekt. 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 wenn so eine kleine Hafenstadt ist, sieht bestimmt richtig geil aus. Vielleicht packen wir hier auch irgendein Wahrzeichen hin. Was gibt es eigentlich hier für Edenprojekt. Bauen Sie einen Geschäftspark. Weltraumlift. Bauen Sie Expo Center. Habe hier überhaupt irgendwas freigeschaltet? Ne. Bauen Sie Uhrenturm. Der Uhrenturm. Das ist so eine Sache. Der Uhrenturm, den würde ich tatsächlich vielleicht sogar hier hin bauen. Aber das ist der Turm, den ich das ist der Turm, den ich eigentlich dem Daniel versprochen habe. Das soll nämlich der Glockenturm des Eichlers werden. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Das ist der Uhrenturm und das wird unser sogenannter Glockenturm des Eichlers. Aber der hat natürlich einen ordentlichen Radius, was halt die Lautstärke angeht. Vielleicht packen wir den sogar hier ans Krankenhaus oder halt zum Park dann hin. Hier passt er wieder nicht. Hier passt er nicht. Am Hafen wäre natürlich auch schön. Das hätte was. voll gut. Finde ich mega. Den benennen wir jetzt noch um. In den Glockenturm. das Eichlers. So meine Freunde. Hier werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Gewerbe hinpacken. Werde die heutige Folge auch etwas kürzer halten. Ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange ich jetzt streame. Launburger, sag mal wie lange ich schon streame. Ich glaube, hier werden wir auch noch mal eine dreispurige Straße draus machen. Ja, aber Freunde, ich finde es richtig gut, dass das geklappt hat mit der Industrie. Die ganzen Symbole sind jetzt weg. Hier sind noch so einzelne Gebäude, die noch verlassen sind. Die werden aber wieder hochkommen, sobald sich das alles beruhigt hat. Und das ist die Lösung unseres Problems. Hat geklappt. Sehr gut. Ja, mach das mal. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Also, hat ja vorher schon Laune gemacht, aber jetzt auch so mit dem Campus DLC, was wir hier haben haben wir ja einen richtig schönen Campus gebaut, den wir auch schon auf... Ah, inzwischen haben sie wieder einen Stern abgenommen. Den hatten wir schon auf fünf Sterne. Weil die Attraktivität runtergegangen ist. Ja, genau. Wusste ich gar nicht, dass man da dann auch wieder einen Punkt verlieren kann. Krass. Maschinenbau-Fakultät fehlt uns auch noch hier. Machen wir hier noch einen Bücher-Club hin. Und dann sollte es das gewesen sein. Stellen die sich dann so an? Ja. Dann steigen wir wieder auf. So. Wo war ich? Achso, ja. Ich wollte heute nicht so lange machen. Ähm. Weil die letzten Folgen außerplanmäßig ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Und, ähm... Ja. Das wollte ich ein bisschen jetzt einmal zurückschrauben. Deswegen, äh... Wollte ich eigentlich auch nur Bescheid sagen. Ich habe die Lösung gefunden. Mhm. Und, äh... Wollte das einfach mal ausprobieren. Ob es tatsächlich so ist. Aber anscheinend hat es tatsächlich geklappt. Und das freut mich. Das freut mich mega. Ähm. Das hier, diese Symbole, ist klar, ähm... Nicht genügend Kunden. Die kriegen wir demnächst rein, wenn wir uns auch um den Flughafen kümmern. Der wird dann... Was ist hier los? Äh... Der wird dann auch in die europäische Altstadt hineingesetzt. Hört auf mit dem Blödsinn hier. Ich will jetzt keinen Verkehrschaos hier haben. Hört auf mit dem Blödsinn. 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 Vielen Dank. Die waren alle hier in die Richtung. Schaut mal es aus, wenn wir das hier einfach so machen. Was können wir hier noch hinbauen? Den Glockenturm haben wir. Warum so ein Park so viel Lärm verursacht, verstehe ich bis heute nicht. Der bombastische Springgrund ist zu bombastisch. Was haben wir hier? Regierungsstelle. Ne, das wollen wir den Leuten nicht antun. Das Rathaus würde ich eigentlich auch da drüben und auf die andere Insel packen. Genauso wie den Dom. Das muss jetzt hier nicht sein. Das Theater. Boah. Wie viel Lärm das produziert. Unglaublich. Ne, dann lassen wir es erstmal. Können wir uns hier schön rum. Machen hier. Denn man hat ja gerade gesehen. Wenn wir hier jetzt markieren wollen, sieht das wahrscheinlich irgendwie doof aus, weil das hier im Weg ist. Kann man ändern, indem man da einfach einen Zaun hinsetzt. An diese Stelle. Und zack, ändert sich das. Und dann kann ich bis hier bauen. Eigentlich auch bis hier. Das geht eigentlich. Oder sagen tatsächlich, wir führen ihn hier einmal weiter. Bis hier hin und machen dann da den Zaun einmal nochmal weg. Das dachte ich mir. Na, das ist los. Nö, das reicht am Pax. Wir wollen ja jetzt hier auch nicht übertreiben. Hier nochmal fix. So. Und so. Und weiter geht die wilde Fahrt. Befürchte eh, dass wir denn hier auf jeden Fall auch mal eine zweite Grundschule hinpacken müssen. Und ich bin ja ein riesen Fan geworden von diesem Zooweg. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, den Zoo zu machen. Ja, der war doch an. Ja. 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 Vielen Dank. Wenig? Na gut. Dann machen wir es anders. Ein bisschen Deko muss sein. So, gefällt mir gut, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Und dann können wir das halt auf der anderen Seite auch nochmal machen, wenn es halt nötig ist. So, die Nachfrage ist immer noch da. Machen wir so. Und dann können wir das halt auf der anderen Seite auch nochmal machen. Fahren denn jetzt inzwischen hier mal ein paar Leute? Ich habe mir ja so schön ausgedacht, weißt du, dass die Leute dann mit der Straßenbahn da schön hinfahren können. Pustekuchen. Nutzen sie gar nicht. Na gut, das hier kann ich verstehen. Hier ist ja noch nichts. Aber da, dass hier keiner aus- und einsteigt, der Wille war da. So, Industrienachfrage ist auch wieder da, obwohl halt anscheinend zu pippen wenig Personal da ist. Aber na gut, wenn die meinen, kriegen sie hier auf jeden Fall nochmal ein Gebiet hin. Und man sieht halt auch, dass das echt gut klappt mit den Richtlinien, auch für die Industrie, dass da dann halt die Bodenverschmutzung kaum da ist. Hätten wir das nicht, dann wäre jetzt hier ein riesiger, großer, gelber Fleck. Nicht schön. Dann haben wir hier nämlich eine schöne, lange Einkaufsstraße, wo die Leute dann einkaufen können. Und hier haben wir dann Wohngebiet. Hier machen wir noch ein paar Bäumchen hin. Und hier haben wir noch ein paar Bäume hin. Aber es scheint auszurechnen. Ich weiß nicht, ob ich hier bis hierhin wirklich alles mit Wohngebäuden oder Wohngebiet machen soll. Aber die Nachfrage ist ja schon da und sehr hoch. Von daher denke ich mal, wird es darauf hinauslaufen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ich mit der Ecke hier mache, weiß ich noch nicht. Ob ich da vielleicht ein bisschen Bürogebiet und dann auf der anderen Seite Wohn mache, ich glaube, das ist sinnvoll. Hier einfach zu sagen, komm, wir machen eine Plaza hin. Also erstmal sagen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das klappt ja gut. Soll der Blitzern. Das wollte ich sehen. Dann machen wir das so. Und packen dann hier nochmal einen Weg entlang. Und können den Rest dann so machen. Egal, so. Und so. Stimmt die Müllgeschichte. Darum wollte ich mich hier eigentlich auch nochmal kümmern. Dass wir hier Auf jeden Fall auch nochmal einen Recycling-Zentler haben. Hatten wir hier nicht bei diesen einzigartigen Gebäuden. Warte mal. War das hier nicht irgendwo? Recycling-Fabrik. Mauen Sie Vogel- und Bienenpark. Was kostet der Spaß? 750.000. Nur. Ähm. Wo ist denn der? Vogel- und Bienenpark. Hier irgendwo, ne? Vogel- und Bienenpark. Du kriegst die Tür nicht zu. Okay. Ja. Machen wir dann. Wir bauen hier erstmal eine normale Recycling-Fabrik hin. Eins. Zwei. Und dann. Kümmern wir uns da hinten nochmal um den Vogel- und Bienenpark. Und dann kommt hier die Ultimative hin. Wie groß ist denn die überhaupt? Katastrophen-Bunker. 8.000 die Woche. Seid ihr denn wahnsinnig? Was mir übrigens aufgefallen ist. Ja doch. Haben wir alles geändert. Okay. Schön. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge uns einmal um die Industrieinsel gekümmert. Es ein bisschen europäisch werden lassen hier. Haben endlich den Glockenturm des Eichlers hier auf unserer Insel stehen. Direkt am Bahnhof beziehungsweise am Hafen für die Fähre. Die Industrie vor Ort hat angefangen zu blühen. Uns um den Verkehr gekümmert hier. Was halt den Verkehr hier mit dem Hafen angeht. Wie gesagt. Den Hafen werde ich auf jeden Fall nochmal umpositionieren. Und mich darum kümmern. Das werde ich dann aber wahrscheinlich auch aufmachen. Und werde euch das dann präsentieren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war es erstmal von mir. Wir haben die Lösung des Problems gefunden. Haben die neue Insel besiedelt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Abonniert gerne. Und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.